Ich habe heute vom Spiel mehr erwartet. Die Interaktive war mehr stark, aber im Offensive war immer schlecht. Ja, es war vor allen Dingen in der Mittelschimmerposition kein Abschluss, Chancen tot. Ohne Ende war das. Drei klare Chancen und nichts draus gemacht. Ademi, Scalatidis. Bessere Torschancen, bessere Mannschaft war groß. Die klareren Torschancen hat groß Aspach. Aber ansonsten ein schwächeres Heimspiel von der Kickers. Ja, wir haben natürlich auf ein Tor gewartet. Das hätten die Würzburger natürlich auch verdient, aber da kann man nichts machen. Okay, also, das Spiel war durchschnittlich. Chancen waren da am Schluss, aber sie haben es halt nicht gebacken. Gegner war ganz gut. Ich klinge mal ein wenig unterschätzt am Anfang. Ja, schade. Es war verdient. Es war unentschieden für beiden Mannschaft. Ja. Ja.